Das Scherwundgeld Die unteren Einkommen Zur Erinnerung Um die Auswirkungen des Schwundgeldes zu untersuchen, wenn es keine Komplementärwährung ist, haben wir ein Geldsystem erschaffen. Eine Währung mit dem Namen Fiktive Krone Im dritten Beitrag zum Thema Schwundgeld wurden die Rahmenbedingungen definiert und im vierten die oberen zwei der vier beschriebenen Einkommensschichten beobachtet. Diese zeigten aber ein völlig anderes Verhalten, als von den Anhängern des Schwundgeldes erwartet. Es brach keine Kaufwut aus und das Geld blieb nicht in der Region. Tieflöhner Mal sehen, wie sich der Subunternehmer verhält. Er ist ortsansässig und zählt dort eher zu den unternehmerischen Tieflöhnern. Dieser erhält seine Einnahmen von seinen Kunden etwas rechtzeitiger als zuvor. Die Buchhaltung seines Unternehmens gibt einen Teil des Geldes nun als Lohnkosten auf das entsprechende Buchungskonto aus dem Kontenrahmenplan seiner Branche. Solange es dort liegt, zählt es zum monetären Vermögen des Unternehmens und unterliegt daher ebenfalls dem Schwund. Und zwar dem höheren Schwund des Buchgeldes. Als Unternehmer ist er darauf bedacht, möglichst keinen Schwund zu erleiden und gibt diese Summe zügig ab. So wie zum Beispiel die Lohnkosten, mit welchen Arbeitskraft eingekauft wird, womit bezahlte Aufträge erledigt werden. Für die Auszahlung der Löhne wird nun das Timing wichtig, weil das Geld ja nach einer bestimmten Zeit an Wert verliert und das Gehalt ja vertraglich festgelegt ist. Er muss nun durch das Schwundgeld seine Rücklagen auf dem Gehaltskonto vergrößern, um regelmäßig zahlen zu können und mit den Gehältern nicht in Verzug zu geraten. Zu den Tieflöhnern gehören sämtliche KMU und EPU, also Kleinunternehmen, mittelständische Unternehmen und Einzelpersonen als Unternehmen. Genauso wie alle Lohnempfänger dieser Einkommensklasse. Je nach Unternehmen arbeiten Sie an längeren Aufträgen und müssen, wie real auch, für die monatlich entstehenden Kosten Rücklagen bilden, bis Sie durch einen abgeschlossenen Auftrag wieder Einnahmen haben. Sie gehen also für Aufträge in Vorlast, bis Sie für diese bezahlt werden. Sie arbeiten demnach mit der Wertspeicherfunktion des Geldes. Wird diese dem Geld genommen, brauchen Sie eine Alternative, denn nicht immer ist es möglich, die Ausgaben vorzuziehen. Vielleicht weichen diese auf Fremdwährungen oder auf Edelmetalle aus. Oder Sie entwickeln eine inoffizielle Parallelwährung. Andere Unternehmen haben ständig Einnahmen, die sich erst akkumulieren und von diesem Vermögen werden dann die Kosten gedeckt. Auch Sie arbeiten mit der Wertspeicherfunktion des Geldes. Natürlich können Sie, wie im Mittelalter und den Zeiten vor den Banken, das Bargeld in einem Tresor horten. Dort verliert es ja nur 1% seines Wertes statt 2%. Das erhöht das Risiko von Einbrüchen. Natürlich könnten einige Unternehmen vielleicht Waren, Betriebs- und Hilfsstoffe früher einkaufen. Bei Lebensmitteln allerdings, bei einer Bäckerei zum Beispiel, die Getreidemehl als Rohstoff benötigt, wird das schwierig, weil sie verderblich sind und besondere Lagerbedingungen brauchen. Mehr Waren bzw. mehr Güter brauchen zudem Lagerraum, welcher Lagerhaltungskosten verursacht. Viele werden sich überlegen, ob der Schwund von 1 oder 2% hier nicht günstiger ist. Natürlich kommt das auch auf den Umsatz bzw. den Warenumschlag an. Die Kosten für ein Unternehmen müssen ohnehin jeden Monat bezahlt werden, egal, ob das Geld mit einem Schwund belegt ist oder nicht. Die Frage ist eher, wer trägt den Schwund? Ist es der Käufer oder der Anbieter? Die meisten Supermärkte der Region gehören einer größeren Franchise-Kette an, sodass die Einnahmen monatlich in Fremdwährung abgeführt werden. Noch bevor sich einige Unternehmer zu Lohnerhöhungen hinreißen lassen, um die absolute Summe des Schwundes zu mindern, überlegen Sie, dass Lohnerhöhungen und Schwund zusammen das Vermögen mehr gefährden als der Schwund allein. Bald suchen auch diese Unternehmen alternative Wertspeicher, weil sonst keine Rücklagen gebildet werden können. Privates Es sind lediglich 30 bis 60 Kronen pro Monat, die verschwinden bei 2000 Kronen monatliches Nettoeinkommen. Es ist erträglich, weil von diesem Einkommen nicht mehr viel in den nächsten Monat hinübergenommen werden kann. Es bleiben oft nur 200 bis 300 Kronen übrig, davon 1% sind eben nur 2 bis 3 Kronen an Verlust, während das nächste Gehalt eintrifft. Das trifft auf KMU wie Angestellte zu. Nach einem Jahr Im ersten Moment war der Gedanke stark, das Geld schnell in Sachwerte umzuwandeln. Doch bald hatte man sich daran gewöhnt. Die Effekte sind gering. Super- und Baumärkte verzeichnen einen Rückgang nach anfänglich leicht erhöhten Zahlen. Auch der Schwund bescherte den Angestellten in dieser Schicht kein höheres Einkommen. Damit bleiben auch dort größere Anschaffungen aus. Wer sparen möchte, spart weiterhin und nimmt den Schwund in Kauf. Das Geld in einen Tresor oder ein Versteck zu legen, statt es zur Bank zu bringen. Je nach Dauer müssen wertlose Scheine regelmäßig aussortiert werden. Immerhin kommt ja jeden Monat Neues. Und für Rücklagen, um knappe Zeiten zu überbrücken oder Überraschungen aufzufangen, z.B. eine defekte Waschmaschine, reicht es dennoch. Durch den Schwund hat sich das Kaufverhalten kaum verändert. Wird auf Anschaffungen gespart, wird der Kauf getätigt, sobald die Summe erreicht ist. Auf Kredit wird weniger gekauft, weil ja das vorhandene Guthaben dem Schwund unterliegt und den Kredit zusätzlich verteuert. Niedriglöhner Der Niedriglöhner ist die größte Bevölkerungsgruppe und stellt damit auch den sogenannten regionalen Massenmarkt dar. Er hat, wie der Tieflöhner, kaum Möglichkeiten, dem Schwundgeld auszuweichen. Er kann nur in Sachwerte flüchten, soweit das notwendig ist. Der Anschaffungsstau ist in diesen Schichten besonders groß. Aber es ist eher so, dass das Geld zu Ende ist, bevor der Schwund eintritt. Von seinen ca. 1200 Kronen würden am Ende 12 Kronen wegfallen, wenn das Einkommen bis dahin vollständig erhalten bliebe. An Sparen denkt er häufig. Aber mehr als ein Gedanke bleibt nicht. Wenn er am Monatsende noch 12 Kronen hat, sind das ungefähr 12 Krümel Verlust. Das ist sogar für diesen tragbar. Besonders die unteren Einkommensschichten der Niedriglöhner sind darin geübt, Geld möglichst gut zu nutzen, da es oft schwierig ist, es bis zum nächsten Geldeingang zu strecken. Der Schwund von 1% des Ursprungswertes, also in der Regel ein Krümel pro Krone, wenn er das Geld länger als einen Monat hat, ändert bei ihm kaum etwas. Immerhin sind einige erleichtert, dass das Geld, das jetzt kurz vor Monatsende eintrifft, nicht gleich seinen Wert verliert, sondern erst im Monat darauf. Das wären bei ca. 1000 Kronen Einkommen immerhin 10 Kronen Verlust. Immerhin 10 Kronen Verlust. Wenn der Schwund wirksam wird, sind nur noch ein paar Krümel davon da. Der Rückfluss der Gebühren in die Gemeindekasse ermöglichte es, die Sozialleistungen zu erhöhen. Das meiste fließt jedoch in neue Aufträge für die lokalen Bauunternehmer. Diese haben tatsächlich ungefähr 100 neue Stellen geschaffen, was die Presse bejubelt. Die vom Supermarkt im ersten halben Jahr nach Einführung eingestellten neuen Mitarbeiter wurden nach dem Jahreswechsel wieder entlassen. Darüber schreibt die örtliche Presse nicht. Im nächsten Beitrag fasse ich das Beobachtete zusammen. Von einem Kaufrausch und deutlich erhöhtem Umsatz ist jedoch nichts zu spüren. Aber lassen Sie mich dort ausführlich darüber nachdenken. Bis dahin danke fürs Zuhören. Ähm, Fanfare. B B Untertitelung des ZDF, 2020